Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier und herzlich willkommen zum finalen Trailer von Uncharted 4. Ja, meine lieben Freunde, heute ist es endlich soweit. Sony hat den finalen Story-Trailer zu Uncharted 4 rausgehauen. Und ihr wisst ja, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue, denn dieses Spiel, beziehungsweise Uncharted 1 bis 3, waren einfach nur meine Kindheit. Und jetzt, nach über 5 Jahren Pause, geht es endlich weiter mit dem 4. Teil auf der Playstation 4 mit einer richtig kranken Grafik. Und da habe ich mir gedacht, mache mal etwas Besonderes. Und zwar, ich werde mit euch zusammen diesen Trailer anschauen, oben rechts meine Facecam platzieren und im Hintergrund den Trailer laufen lassen. Und jetzt bin ich einfach nur gespannt, was uns da erwarten wird. Alter, locker, ich werde so eine Gänsehaut bekommen, vielleicht sogar auf Freuden drehen. Ich weiß einfach nicht, was uns da erwarten wird. Und sowas habe ich noch nie auf diesem Kanal gemacht. Und ich finde, bei sowas kann man das gerne mal einmalig machen. Und da bin ich einfach nur gespannt, was uns da erwarten wird. Und ja, den Vorbesteller-Link zu Uncharted findet ihr ganz unten in der Videobeschreibung, verlinkt über Amazon. Wenn ihr dort einkauft, dann unterstützt ihr mich auch gleichzeitig. Und ja, würde ich sagen, Leute, starten wir jetzt auch direkt. Kopfhörer sind drin. Es kann losgehen. Das ist unser Schicksal, Nathan. Sony Computer Entertainment präsentiert. Du und ich zusammen. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Oh mein Gott, Alter. Was eine Melodie, ey. Wer würdig ist, den erwartetes Paradies. Ach du Scheiße, was eine Grafik, Mann. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Es wird dieses Leben geschaffen. Oh Mist. Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern. Wo wir es nicht dürften. Schade, dass wir Gegner sind. Ja. Ich bin ein Mann des Glücks. Und ich muss mein Glück suchen. Oh, wie krank, Mann. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Oh, Junge, Mann, Alter. Was geht dir ab? Achtung. Los, los. Ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Wie lange jagen wir diesen Traum schon? Lange Zeit. Wirklich lange Zeit. Nur du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen es nicht. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzunehmen. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nahe. Vorsicht! Hör zu, Nick. Ich mache dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim. Lebst dein Leben. Oder wir beenden es gleich hier. Es muss eine andere Lösung geben. Ich brauche dich dafür. Sam! Diese Melodie, Alter, krank, ey, krank. Hey, hast du dich schon mal gefragt, wo wir heute wären, wenn wir... Nein. Mir gefällt unser Leben. Alter, ey, Leute, 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 was geht hier ab, ey? Was war das für ein Trailer? Ohne Witz, ich hatte so eine Gänsehaut. Ich hatte fast Freudentränen. Alter, das ist unfassbar, ey. Ich bin geschockt. Ohne Witz. Das war ein richtig heftiger Trailer. Leute, das wird das Spiel des Jahres, Alter. Ey, von der Story her. Welches Spiel soll da mithalten von der Story? Einfach nur unfassbar. Dieser Trailer hat mich gerade richtig umgehauen. Ich werde mir den gleich auf jeden Fall nochmal reinziehen. Ey, Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Diese Grafik, die ist einfach nur krank. Alle wiederzusehen. Sully, Elena, alle mit am Start. Dann noch wieder diese neue Uncharted-Melodie, die einfach unter die Haut geht. Das ist einfach heftig, Leute. Das ist einfach heftig. Und ich freue mich da ab nochmal drauf, Freunde. Wir sind ja momentan bei Uncharted 3. Haben den Teil bald auch durch. Und Ende April wird dann endlich der vierte Teil erscheinen. Und den werden wir dann gemeinsam let's playen auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, kann das gerne jetzt machen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr es vorbestellen wollt, Amazon-Link ist ganz unten in der Videobeschreibung. Für den Klick drauf, bestellt es euch vor. Ich habe es schon getan. Und ey, krank, Leute. Dieser Trailer hat mich umgehauen, ey. Heftig. Ey, ich sag, der Trailer hat mich umgehauen und die Kamera fällt um. Beste. Alles klar, Leute. Macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns heute Abend bei den nächsten Videos wieder. Seid die Besten. Und ciao.